Ja, also bevor die Technik da fertig ist, will ich noch kurz was zum Lied sagen. Das hat eigentlich überhaupt keinen Text. Ein bisschen zurückgekommen. Und natürlich bin ich gerade extrem aufgeregt, aber das hilft mir, dass da keiner zuhört. Nur ein paar Gesichter, was da sind. Und in den Lied, ich weiß nicht einmal, wie es heißt. Ich weiß nur, wie ich es ungefähr spiele. Ich weiß, was für mich heißt. Für mich heißt es einfach, dass jede Reise und jedes Leben und jeder Mensch seine guten und seine schlechten Seiten hat. Und das unausweicheliche Ende jedes Lebens und jedes Menschen, das ist für einen jeden gleich. Und da sind wir alle miteinander das Gleiche. Und wie wir zu dem Ende kommen und welchen Weg, dass wir gehen, liegt eigentlich an uns. Das Ende selber ist für einen jeden das Gleiche. Und das wollte ich noch dazu sagen, das Wichtigste. Ich war lange Zeit sehr depressiv, weil es in der Welt einfach so, wie es sehen, extrem gründlich zugeht. Und ich habe eigentlich sehr wenige Leute gefunden, mit denen ich so über das Thema reden konnte. Und es ist echt die Sonne, was für mich aufgegangen ist. Und danke, dass es so Menschen wie euch gibt, Leute. Danke. 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 Ja? Okay. 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 Yeah, thank you! Yeah! Woo hoo hoo hoo! Woo hoo hoo! Woo hoo! Vielen Dank. Vielen Dank.